sind wir live? siehst du uns? ich bin gerade am anderen rechnen. ja, wir sind live. okay ein mieser hack, hallo, willkommen. live stream ist uns gerade abgerauscht, deswegen sind wir quick and dirty auf uStream umgestiegen und versuchen jetzt darüber ohne geld zu zahlen. genau, ohne geld zu zahlen unsere session zu machen und deswegen etwas improvisiert, aber wir zeichnen das ganze auf so dass wir danach hoffentlich mit bestem ton und bestem bild eine aufzeichnung auf youtube stellen können. soviel zu der technischen herausforderung die es doch immer noch gibt und wir warten alle gespannt auf google hangouts on air, dass irgendwie google uns eine vernünftigere infraschrift zur verfügung stellt. nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass wir markus hündgen hier begrüßen können, den videocamp initiator, webvideopreisinitiator und partner bei blinkenlichten und langer webvideoreteran. und wir haben einen jungen videomacher gefunden. janis ist heute bei uns und wird uns quasi ein video vorstellen, dass markus und ich dann hoffentlich ihm konstruktives feedback aufgeben können. und wolfgang wird quasi alles, was auf twitter, facebook oder google plus passiert, kommentieren und an uns weitergehen. genau, soviel dazu. das schöne ist, weil wir so märdig unterwegs sind, janis hat eine wired interaktive blattkritik gemacht, die wir uns gleich mal gemeinsam anschauen und dann ein bisschen feedback darauf geben werden. gucken wir die jetzt? kennt ihr das video schon? ich kenne es sogar. das war doch gestartet, aber anscheinend überträgt es sie noch nicht. ähm, ich muss auf youtube wechseln wahrscheinlich. janis, erzähl doch mal, warum du das video gemacht hast. das war der eine, außer jetzt, dass die wired ganz toll ist. das war der eine, außer jetzt, dass die wired ganz toll ist. der anlass war im prinzip, dass ich halt, ich habe mir die wired gekauft und es ging ja vorher, okay, jetzt kommt eine deutsche wired bla bla bla, und ich dachte mir, okay, ich schreibe auf jeden fall was über das blatt oder mache irgendwas dazu. und da hatte ich gerade quasi mit youtube videos angefangen und dachte so, hm, schreiben ist wahrscheinlich langweilig, schreiben eh tausend leute. und dann hatte ich morgens dieses unboxing video von matthias wichel gesehen, glaube ich, der war das, der ja da so die gq auspackt und direkt den mülleimer läuft. dann dachte ich, okay, unboxing, das ist cool, aber ich will auch noch eine kritik drin haben. und dann habe ich es mir im kiosk, äh, gekauft und so auf dem heimweg kam so diese idee, okay, eine interaktive kritik, das war dann noch was. und dann kam so diese idee, okay, eine interaktive kritik, das war dann noch was. und dann kam so diese idee, okay, eine interaktive kritik, das war dann noch was. und dann kam so diese idee, wie lange hast du gebraucht, das video zu machen? ah, das hat schon eine weile gedauert, also ich habe mir, keine ahnung, wann habe ich die Zeitung gekauft, so um 10 oder so, und dann, bis es online war das video, war es glaube ich 5 oder so. also, ja, aber das ist auch nicht so lange. also geht eigentlich, ich hätte den aufwand größer eingeschätzt, so ein interaktives ding zu machen. okay. so, wir haben das, Fabian hat das video parat. darfst du mal? da läuft jetzt gerade die werbung vor, ne? ja, ich als alter youtube partner habe natürlich auch. genau. wie viele abonnenten hast du bei youtube? äh, ich glaube 20. cool. oder 25 inzwischen, keine ahnung. also, denkt dran, was ihr jetzt machen musst. subscribe. genau. bitte alle abonnieren. hier klicken like. hihihi. hihihi. schau mal rein. ja, hi. ich komme jetzt gerade vom kiosk zurück und habe mir die neue gq gekauft. mit was hast du das gedreht? äh, mit einem iphone einfach nur. okay. also iphone 4, stativ, stativ. ich glaube das mikro habe ich da nicht mal benutzt, wenn ich gerade richtig im kopf habe. ja. und dann glaube ich sogar nur mit i movie geschnitten. vielleicht kann ich da noch was lernen. woher kann die idee quasi das so interaktiv zu machen? ähm, ja weil ich dann irgendwie mehrere ideen auf einmal hatte. also ich habe so dieses, ich wollte dieses gq wired bundle skandal. warum müssen wir jetzt die gq? das wollte ich irgendwie mit reinbringen. dann fand ich die idee mit diesem unboxing super. da wollte ich aber auch noch inhaltlich was zu dem heft sagen. und so kam dann die idee, okay ich mache das irgendwie interaktiv. vor allem weil ich das sowieso mal ausprobieren wollte. mit so einem interaktiven video ist es fair. nö ist es nicht. ähm, kann ich jetzt sagen. aber ja, so. das ist die wire. das war halt so ein bisschen experimentierfreude einfach. und hier eine beilage. ja, für die ipad app. sehr schön. weil ich meine das war so das, äh, dritte video das ich gemacht habe. oder vierte oder was. und ja. im vergleich. die gq ist fast doppelt so dick wie die wired. kannst ja nächstes jahr wieder wired unboxing machen. ja, genau. habe ich schon überlegt. ne, ich mache gerade, äh, also gerade habe ich die letzte aufnahme für mein nächstes interaktives video gemacht. kleine kindle kritik noch, dass ich mir einmal schnell so ein weihnachtsgeschenke check. ähm, da will ich es aber quasi anders probieren. das ist ja jetzt quasi alles in einem video. und da mache ich jetzt quasi mehrere videos, die untereinander verlinkt sind. okay. kommt wahrscheinlich morgen. also am besten den kanal abonnieren, dann verpasst du es auch alle. das neue haare patched hat. mal dir noch schnell so einen zettel, den du mal reinhalten kannst. ach ja. ach ja. ach ja. ach ja. ach ja. ach ja. dann wahrscheinlich das unboxing, weil der verriss ist ganz kurz. ich meine am besten ist eigentlich der, am besten ist eigentlich der Anfang. wo man dann auswählt, soll ich die wired oder die GQ kaufen. war eine schwierige Warnetzung. ja, weil entweder man nimmt halt das Nerd-Magazin und lernt was. oder man nimmt die GQ und sieht endlich gut aus. also nicht news mäßig, aber so früh mäßig. schlimm, dass es nicht beides geht oder nicht. ja. was dann doch im deutschen merkt man, bringt die Schwierigkeiten. ne, ich hab auch diese, also ich fand die Aufregung darum jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben. dass das irgendwie ein Wandel war. weil ich krieg zwei Zeitschriften zum Preis von einem, was ist daran so schlimm. also auch wenn ich die normal die GQ nicht kaufen würde, aber ähm. Artikel macht es teilweise schwierig, die von Werbeanzeigen zu unterscheiden. so ist auf den ersten Blick ist es jetzt nicht mehr. ich meine das verfälscht halt die Verkaufszahlen, die wir dann irgendwie jetzt haben. ähm. natürlich der Absatz ist dann hier dieser Artikel über. aber die sollen ja ganz gut gewesen sein. kenn ich ja. ja klar. ich weiß ja nicht wie sie es ausgerechnet haben dann. ja. das. vielleicht weiß ich es mir nicht mal überhaupt irgendwer. ich weiß es nicht. ja. bis jetzt habe ich auch alle Videos, die ich gemacht habe, alleine gedreht. also ich habe ja auch ein paar Interviews drauf. da sind meistens zwei Kameras, äh, so gut es ging. ähm. ja. aber trotzdem war ich dabei eigentlich immer alleine. ja. 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 also da habe ich gerade bei den, bei den langen Interviews das Problem. die werden halt auch oft so 15 Minuten lang und da dann was reißerisches draus zu machen. da habe ich auch schon überlegt quasi immer eine Anmoderation da vorzustellen. zu sagen, hey, das lohnt sich auf jeden Fall. super spannend. subscribe. äh. aber ich mag halt diesen, diesen Interviewstil, dass es mehr ein Gespräch wird als so, okay, wir machen jetzt knallhart die Fragen in 1.30 und dann fertig. ich mag es eher, wenn ein Interview zu einem Gespräch wird. und dann wird es halt auch schnell eine Viertelstunde, 20 Minuten lang. ja. aber kannst du das nicht danach rausbringen? oder dass du die Anmoderation quasi nach dem Interview machst und dann halt dir die zwei, drei großen Besen rausnimmst? ja. das, ähm, habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt. aber das mir dann oft zu viel auch fand. also, oft ist es dann so, okay, du hast diese 15 Minuten Video und dann das sich alles nochmal das Geseier anhören, was man da losgelassen hat, das ist dann schon immer wieder anstrengend. tja, ich guck schon mal. hast du noch ein anderes Video? ähm, ja, ich meine, die anderen sind alle, glaube ich, relativ lang. was wir haben ist das Interview mit dem Vorsitzenden von dem Piraten Rheinhessen, das ist so das dritt meistgeklickte Video. ähm, was haben wir denn noch? dann gibt es das, welches eigentlich ganz cool ist, ist das mit dem, von der TEDxYouth, mit den kleinen Kindern, die Roboter bauen. mh, da habe ich aber allerdings einige Fehler gemacht, die mir auch schon bewusst sind. also, aber vielleicht ist es trotzdem gut so, für die anderen das zu sehen, was ich da falsch gemacht habe, was da falsch gelaufen ist. das ist, genau, das Video ist auch eine Ausnahme, also das habe ich nicht alleine gedreht, sondern da hatte ich mein Stativ vergessen und habe dann irgendwie noch, ähm, zwei Leuten drumherum quasi die Kameras in die Hand gedreht. Ich gucke mir das gerade an, das hat 73 Abrufe bis jetzt. Mhm. Wie wichtig sind dir denn die Abrufe? Ich meine 73. 73 könnte mehr sein, ja, äh, mir macht es Spaß, das auszuprobieren, aber ich, äh, würde lügen, wenn ich sage, die Abrufe sind mir egal. Klar will man irgendwie mehr haben, aber man kann es auch immer schwer voraussagen, was jetzt viele Abrufe kriegt und was nicht, finde ich immer. Und, ähm, ich meine, ich habe ja auch erst, wie gesagt, 20 Abonnenten, dann haue ich die immer noch ins Blog, aber da sind, glaube ich, oft so lange Videos eher abschreckend. Es kommt halt auch immer darauf an, wie krass man ein Thema trifft. Ja, was hast du da gebaut? Absolut. Also, das ist so ein... Irgendwie das Schöne und das Erschreckende, ne, an den Webvideos, dass man einfach nicht weiß, ob es klappen wird oder nicht. Ja. Und wenn, wie, wenn mich zum Beispiel ein Roboter stört, kann ich... Ähm, ich meine, diese TEDx-Videos, die sind alle super spannend und da hoffe ich auch teilweise so ein bisschen auf den Longtail, wie man es so schön nennt, ja, also, dass die über die Zeit noch irgendwie, äh, da spannend sind. Und, ich meine, das erste Interview habe ich mir sogar die Mühe gemacht, das zu untertiteln, weil ich mir dachte, hey, TEDx, das ist vielleicht ein internationales Publikum, ja. Und, ähm, aber die Abrufzahlen sind bis jetzt noch nicht großartig, aber... Was mir da immer einfällt, ist halt... Also, ich... Wir haben mal Videos veröffentlicht irgendwie, da hat ein Video von 4.000 Euro gekostet... zu machen. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis man da... Nennenswerter... Also, hier ist ein Bakary, so ein schwarzes... Also, manchmal dauert es einfach eine lange Zeit, dass man... Oder es braucht eine gewisse Zeit, dass man die Reichweite hat. Also, du hast jetzt auch noch nicht so viele Videos veröffentlicht. Ich glaube, Kontinuität ist sehr wichtig. Also, dass du kontinuierlich und dann auch an deinen Formaten arbeitest und die weiterentwickelst und dann quasi, ja, die Nutzer in Zukunft wissen, für was du stehst. Und dann können sie quasi, also, mit dir wachsen, ne? Ja. Ja, klar. Ja. Das ist das, was du hier zumindest beim Fernsehmäßen abgucken kannst. Es gibt nicht viel, aber das kann man sich ganz gut abgucken. Also, wirklich Formate und Regelmäßigkeit. Und das ruhig den Leuten sagen, jeden Dienstag kommt eine Show, da kommt ein neues Video. Das lernen die. Das haben die immer noch ganz gerne. Auch wenn dann nicht alle dann gucken und alle sagen immer, ja, das ist wunderbar, on demand, ich gucke, wenn man nicht will. Trotzdem haben sie alle ganz gerne, wenn sie wissen, dass ein neues Video einfach dann da ist. Sie können sich darauf verlassen. Ja. Ja. Einfach immer noch so. Ja, das habe ich auch probiert, aber ich scheitere dann immer so ein bisschen an meiner eigenen Faulheit. Also, beziehungsweise, man hat ja das Problem, man hat am Anfang so das Gefühl, ne, das guckt eh keiner. Ja. Wenn ich jetzt sage, nächsten Montag kommt ein neues Video, who cares. Also, 73 Leute, die Hälfte davon ist zufällig vorbeigekommen oder hat es über Twitter gelesen oder über das Blog. Das heißt, die haben mich sowieso noch nicht abonniert. Aber klar, also, eigentlich habe ich mir da auch so einen Zeitplan gesetzt. So, ich wollte die TEDx-Videos jetzt immer montags bringen, habe ich jetzt diesen Montag schon wieder nicht gemacht. Dann hatte ich ja diese Gesprächsreihe, wo ist die Zukunft hin? Die war eigentlich immer für Mittwochs angesetzt. Ich habe jetzt auch schon wieder Mittwoch pausiert, weil, eigentlich weil meine Festplatte gerade so voll ist und ich keinen Platz mehr habe, Videos zu schneiden. und die Festplattenpreise ja gerade so horrend sind, weil die da ihre Festplattenfabriken so nah an der Flug bauen. Ja, aber theoretisch kannst du ja auch, also, was ich interessant fand ist, wir können das auch ganz viel einfach mal hochladen und das dann immer nur noch nach und nach freischalten, das heißt, dass du vielleicht so ein bisschen vorarbeitest und dann so ein bisschen sagst, okay, ich habe jetzt irgendwann, jetzt gerade habe ich Zeit, dann produzierst du quasi auf Halte und dann am Schluss machst du immer noch so die Haken dran, ne? Ja, das machen sehr viele sogar. Dann haben wir das noch gesehen jetzt bei der Sonnenallee. Also vergleicht mal, wann das ging, dass sie am 6. eigentlich freigeschaltet worden, bis es dann mal weg war, kurz. Und hochgeladen ist es, glaube ich, am 2., da steht sogar noch als Datum mehr drin. Ja, eben, also, das war meine Frage. Also stuft es dann YouTube nicht quasi als weniger aktuell ein? Ja. Weil das ist ja auch so ein Vorteil, den man eigentlich mitnehmen will. Ich lade es jetzt hoch und dann steht da, okay, neues Video hochgeladen. Und wenn ich es nur freischalte quasi, dass es dann irgendwie nicht als aktuell gilt. Vor allem auch, was die ganzen Suchergebnisse dann angeht. Da hängt es auch sogar von der Uhrzeit ab. Es macht sogar nicht immer Sinn, irgendwie nach unserer Zeit morgens das mitzunehmen, sondern teilweise mittags- oder nachmittags hochzuladen. Einfach damit die Suchzugriffe und damit auch das Ranking bei Google oder bei YouTube selbst, damit die einfach stabiler sind. Damit du zum Beispiel eine Chance hast, irgendwelche Top-Listen reinzukommen. Ich weiß jetzt nicht genau jetzt aus dem FF, wann die Listen immer aktualisiert werden täglich. Also Video des Tages oder so diese Geschichten. Da gibt es aber halt eigene interne Berechnungen. Also das ist leider nicht nach deutschen Uhrzeiten. Okay. Dass da auch wichtig ist, das immer zu tun. Aber gibt es dazu Zahlen? Ja, leider. Also wenn du weißt, was quasi zum Beispiel, irgendwie ist in Deutschland ein großes Event, ne, so X Factor oder sonst was oder Champions League oder irgendwas, wo ganz viele Leute ganz viele Clips posten, die dann die Top-Listen quasi zu spammen, dann ist es nicht schlau, sofort ein Clip da mitten rein zu produzieren. Ja. Also dass du auch so ein bisschen guckst, was ist noch drum rum, ne. Wann ist vielleicht nicht gerade was los und so, wann ist eine geringere Nachrichtenlage oder du versuchst halt den Hype mitzureiten, ne. Und nennst dein Video X Factor Tadex News. Genau. Exklusiv-Interview mit, das machen ja einige gewisse Leute immer. Genau. Ein bisschen Lügen in der Überschrift. Und immer dran denken, dass Google, ich sag jetzt schon immer Google, dass YouTube eine große Suchmaschine ist und zwei weit größte nach Google selbst. Und die funktioniert halt da in vielen Bereichen genauso wie Google auch funktioniert. Also wenn du die Sachen online stellst, wie die natürlich vertaggt sind, so das übliche Spiel kennen wir alle. Das ist aber wirklich ganz wichtig, deswegen dann auch immer einfachster Trick in die Google AdSense-Geschichten dann mal reingucken oder in die AdWords, was denn zum Beispiel gerade läuft. Da kann man auch ganz gut Ideen rausziehen, welche Tags gerade funktionieren, welche gefragt sind. Oder welche gerade nicht funktionieren, man weiß aber, dass die aktuell werden können. Da kann man auch ein bisschen mitspielen, man kann ja sogar hinterher auch ändern. Dass das jetzt mit den Steinen gemeißelt sind. Ja und das ist da auch so überschriftenmäßig, muss man aufpassen, was man nimmt. Also ich meine, klar muss man aufpassen, aber es ist so, also muss ich unbedingt immer Sex reinschreiben, wenn es nicht um Sex geht? Das Problem ist, das machen ja alle. Das schreiben dann alle Sex rein. Ja, das ist so, ich habe das bei der Westen mal gemacht, da habe ich absichtlich ein Video betitelt Sex, Sex, Sex. Dreimal, das war die einzige Überschrift. Und es hat wirklich in der Hinsicht nichts gebracht, es hat kein bisschen Ranking gebracht. Ich hatte mal ein Video, das hieß Sexy, Sexy, Sexy. Und das wurde super abgerufen, weil fast die YouTube, das war auf Google gerankt. Also wenn du YouTube gesucht hast, dann hattest du drunter immer noch so 3, 4, 5 Videos, die YouTube vorsteckt, direkt links auf der Google Startseite. Und das war da eins davon. Hat unendlich viel Traffic generiert. Wobei das auch nicht mal so vor dem Hintergrund dieses Experiments war, sondern mehr irgendwie Bruce Darnell damals verarschen sollte, der immer sexy, sexy, sexy gesagt hat. Aber diese Zeiten sind auch dabei. Also mittlerweile ist eben die Konkurrenz dort in dem Bereich riesig. Ja. Mhm. So. Gucken wir den noch ein Video. Was mich mal... Ich frag jetzt mal... Gucken wir noch was? Was ich mal interessant fände ist... Das ist ein Video... Also... Wollen wir noch ein Video von Yannis schauen? Wenn ihr noch eins findet. Ne, wenn du noch eins hast. Sonst würde ich gerne mal... Was mich interessieren würde ist... Weil es gibt ja auf YouTube immer diese... Diese, ich sag mal, lauten Shows, ne? So mit Außenseiter und... Und Waltiti und so, die irgendwie sehr stark auf Unterhaltung gehen. Ich frag mich immer, wie man es schafft, nicht unbedingt zu kriegen, sondern so andere Videos auf YouTube auch zu machen, Qualität auch irgendwie zu verbreiten. Ja, also das ist ja quasi auch das Problem, was ich quasi hab mit den Videos, dass die schon eine sehr spitze Zielgruppe haben, ne? So Interviews eben über 15 Minuten. Ich mein, klar, das mit dem Piraten-Parteivorsitzenden Rhein-Hessen hat funktioniert, weil das war aktuell Nachrichten, bla bla bla, das haben viele geguckt. Also Wired habe ich den Nerd-Schienen bedient, Nerd-Humor funktioniert ja auch immer. Aber, ja, keine Ahnung, ich habe ja dieses Gespräch über Wirtschaft und Geld. Guck keine Sau, also... Wie erreicht man das? Das ist auf jeden Fall auch eine Frage, ja. Gut, Gegenfrage vielleicht oder Feststellung, wenn es dann halt nicht geguckt wird, dann hat es nicht interessiert. Also du kannst halt wirklich nicht jedes Thema ansetzen. Das ist einfach so, gewisse Themen funktionieren einfach nicht. Gucken wir uns an, was im journalistischen Bereich da los ist, nicht nur auf YouTube, selbst Vimeo. Kannst dann eine Hand abzählen, was man wirklich ganz klassisch sagen würde, das ist wirklich Journalismus. Ja, das ist jetzt nicht eine Dokumentation, das möchte ich jetzt auch ein bisschen trennen vom klassischen Journalismus. Wo ist denn wirklich eine aufwändige, tolle Netzreportage oder wirklich ein guter Bericht, was Insidermäßiges oder so? Da gibt es halt kaum was. Warum? Ich gehe ja davon immer ein bisschen aus, wenn Sachen gut funktionieren würden, dann lässt sich Geld mitverdienen, dann wird das auch irgendeiner machen im Netz. Und das ist da einfach nicht so. Das Interesse ist da einfach nicht so groß nach. Vielleicht da braucht es auch neue Formate, neue Ideen. Ich meine, so eine Unboxing-Geschichte ist ja schon eine Richtung, ist ja was anderes, was du auch klassisch sonst nicht hast. Im Fernsehbereich zum Beispiel. Was aber trotzdem so einen Informationscharakter natürlich mitbringt. Ja, aber ich meine, das ist ja auch einfach Humor oder Unterhalten leite ich einfach viel schneller weiter als irgendwie jetzt eine politische Reportage. Einfach, weil ich denke, okay, das ist lustig, andere finden es auch lustig, leite ich weiter. Wenn ich sage, okay, da wird jetzt Westerwelle verarscht, das leite ich jetzt vielleicht nicht unbedingt meinem Chef weiter, weil der ist, keine Ahnung, heimlich FDP-Wähler, einer von den dreien, die es noch gibt. Also Humor leite ich viel eher weiter als irgendwie alles andere und da kommt halt diese Viralitätsspirale einfach ins Spiel. Genau. Also das einfachste Prinzip so festzustellen für einen selbst, ob ein Video funktionieren könnte, das ist so ein Gegencheck, den ich mal versuche, ist, kannst du das Video nicht in einem Satz beschreiben, sondern in einem Wort. Und da geht es nicht darum, das jetzt in einem klassischen einem Wort zu beschreiben, das ist jetzt, da geht es um Roboter oder so. Das ist herrlich unemotional. In einem Wort, was irgendwie eine gewisse Emotionalität auch rüberbringt. Also wo du wirklich jemandem empfehlen würdest, denk an ein Hashtag. Ich bin ein großer Freund von Versuchen, ein Hashtag zu finden, was andere auch direkt verstehen könnten. Das ist wie ein klassisches Beispiel, ja, LOL. Wenn du hinter einen YouTube-Link LOL schreibst, dann wissen die Leute, wenn ich das jetzt anklicke und dem Typ vertraue ich eigentlich in der Regel, dann werde ich jetzt was zu lachen bekommen. Und so können die Leute das ganz gut für sich auch kategorisieren, gerade so, wenn die Links durch die Gegend geschossen werden auf YouTube, dass man so eine gewisse Vorauswahl ja schon einfach hat. Ja, also ich will auch nicht bei diesen Interviews stehen bleiben, sondern sobald wir hier fertig sind, werde ich anfangen Storyboards zu malen. Und dann habe ich morgen ein Meeting mit zwei Kameramännern und dann nehmen wir uns dem Thema Unterhaltung an. Yeah. Na cool. Wie wichtig sind hier denn so Storyboards? Wie aufwendig machst du die? Ich habe leider gemerkt, ich kann überhaupt nicht malen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das macht das mit dem Storyboard-Zeichen einiges schwieriger. Nee, aber überhaupt nicht aufwendig. Es geht ja nur darum zu planen, also sobald man ein Team ist, muss man sich ja verständigen, muss man Vorstellungen haben und zu planen, was braucht man an Einstellungen. Ja, also es ist ja nicht für irgendeinen Dritten, der es verstehen muss, sondern für uns, dass wir wissen, wie läuft die Handlung ab. Ja, und dass wir halt sagen, okay, einer malt das Storyboard und überlegt sich halt, wie läuft das ab. Aber überhaupt nicht aufwendig, nee, gar nicht, sondern wirklich geskribbelt so. Aber was mich noch interessieren würde, Markus, wie siehst du das, also das Video, was ich gerade angespielt habe, ne, so diese Longboard, das funktioniert ja fast nur über, na, super schöne Bilder, schöne Kameraeinstellungen, fast ein bisschen Musik. Wie weit kann man sich da noch irgendwie positionieren oder ist es eben so, dass das filmische Handwerkzeug einem helfen kann, quasi ein Publikum zu finden oder ist es wirklich nur der Inhalt, der irgendwie erzählt werden muss und wenn es dann wackelt ist, dann ist es wackelt. Gut, jetzt kann man natürlich ein paar Sprüche bringen, wie Content is King. Aber es ist tatsächlich so, ich finde, der Inhalt ist immer noch das Wichtigste, aber funktioniert halt nur in dem Maße, wenn du es auch vernünftig über Technik transportierst. Die Technik ist nicht das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste, ähm, in dem Beispiel, was wir gesehen haben, ich mag diesen Stil einfach schon nicht mehr. Das sind auch immer Trends. Das ist der ganze DSLR-Look, ich mag es einfach nicht mehr, ich kann es nicht mehr sehen. Und wenn ich dann den Namen Philipp Blum immer höre, der das Ganze natürlich schon nach vorne gebracht hat und alle finden den Look ja immer noch so toll, aber ich glaube, in fünf Jahren werden alle sagen, das ist sowas von 2010 und dann drehen wir vielleicht alle wieder mit Webcams, machen extra ein, auch wieder wackelig und alles total super amateurhaft und dann ist das wieder das angesagte Ding. Was aber dann schlussendlich immer zählt, ist, dass das Video genau diesen Effekt auslöst, dass du hinterher sagen kannst, ich habe mich kaputt gelacht, ich habe geweint oder ich habe irgendwie was Tolles erfahren, was jetzt mein Leben verändert. Und dazu brauchst du halt natürlich eine gewisse grundsätzliche Technik, das sage ich auch in Seminaren immer, du musst halt das, was du vermitteln willst, halt auch vermitteln können. Technik ist halt, naja, ein Transportmittel, um Emotionen, Informationen zu vermitteln. Und das muss nicht super aufwendig sein. Ja, also ich würde sagen, es gibt auch so ein bisschen so eine Waage, wenn dein Video technisch scheiße ist, dann muss der Content halt super sein und wenn der Content nicht so gut ist, dann kannst du mit der Technik wieder so ein bisschen was wettmachen. Also wenn du schöne Bilder hast, dann ist es halt egal, das sind schöne Landschaftsaufnahmen, die transportieren auch Emotionen, aber die funktionieren halt nur dadurch, dass sie technisch gut sind. Dann erreichst du vielleicht noch ein ganz anderes Publikum, was du vielleicht wolltest, zum Beispiel, dass es genau, wenn du halt ein tolles Interview rüberbringen willst, das ist aber irgendwie inhaltlich absolut schlecht geworden. Du hast es aber total toll gefilmt mit tollen, mit Steadicam und allen Geschichten, die man da machen kann. Da gucken sich das vielleicht ein paar Leute an, weil es total toll gefilmt ist. Der Inhalt ist denen dann aber auf einmal egal, aber du wolltest ihn ja dann transportieren. Ja, das ist immer so dieses, das muss man auch für sich einfach ganz klar sehen, wenn man auf so eine Konzeption geht, was möchte ich denn wirklich transportieren. Manchmal macht es wirklich keinen Sinn, schöne Bilder zu haben. Peng, ist einfach so. Aber, also ich würde sagen, es gibt schon noch in, also vor allem in Deutschland so ein bisschen so eine Lücke von wirklich professionell produzierten Sachen, ja. Also selbst Herr Tutorial filmt nur mit einer Webcam und in den USA haben wir irgendwie so Leute wie Freddie W, Corridor Digital, die wirklich, also auch nur auf Technik setzen, ja. Aber so ein Zwischending dazwischen, ich glaube, da ist auch eine Nische und das ist wieder das, wo ich dann da mit dem Storyboard rein will. Okay. Wohl ich sage immer, weder macht man es wirklich super schlecht absichtlich oder macht es halt wirklich super aufwendig, halt wie zum Beispiel Freddie W, um dann eine gewisse Aufmerksamkeit für sich zu generieren für die Videos. Ich glaube, diese breite Masse, diese Mittelschicht, die Videomittelschicht, die hat halt keine Chance im Netz. Ja, das funktioniert einfach nicht. Das ist wieso so unglaublich viele Sachen scheitern, die trotzdem professionell produziert sind. Keine Frage. Das sind wieso viele der Fernsehgeschichten vor allem auch scheitern. Die sind halt so fließbar und die laufen halt durch, die sind nicht schlecht, die sind aber auch nicht wirklich gut. Nur warum soll ich mir die dann angucken? Ja, ich habe die Wahl, auch was zu sehen, was richtig gut ist oder was halt zwar in anderen Augen super schlecht ist, aber ich finde halt den Inhalt total toll oder so und deswegen gehöre ich zur Nische und gucke mir das an. Aber genau diese Mittelschicht, das funktioniert einfach nicht mehr. Da gehen ja gerade alle dran zugrunde. Guck dir auch an, was die ganzen Zeitungswebseiten machen. Ja, die produzieren halt Mittel, Mittelklasse und dürfen sich nicht wundern, dass sie dann halt auch nicht wahrgenommen werden. Ja, dabei, was ich irgendwie lustig finde, ist aber zum Beispiel, also das ist vielleicht auch wieder so eine Mode, aber dieses ganze Timelapse-Gedöns. Also ich meine, jeden Tag kriegt man drei Timelapse geschickt von irgendwelchen Leuten. Das ist ja auch nur irgendwie gespielt mit Filtern letzten Endes. Ist auch nicht neu. Im Timelapse gibt es ja schon seit man Kameras irgendwie hat, das ist nur als leichter geworden, wie viele es aber auch. Kann es auch nicht mehr sehen. Irgendwie funktioniert es, ne? Also irgendwie, das ist dann, also so kann man schon noch mitreichen auf noch gewissen Welle. Ja. Ja, aber also ich schaue es mir gar nicht mehr an. Also wenn jetzt irgendwie das dritte Timelapse-Video von Hamburg kommt und von Buxtehude und was weiß ich, und da passiert halt nichts, außer, dass er einmal über den Hafen schwenkt und dann denke ich mir so, ne, auch wenn es jetzt ein Lorg ist, wenn jetzt hier jemand, also ich bin in Mainz, wenn jetzt hier noch ein Timelapse-Video kommt, dann schaue ich mir das an, weil ich hier wohne und denke, ah, das ist ja schön, hier wohne ich. Aber sonst, ne, sogar Nerdcore hat inzwischen, glaube ich, die Schnauze voll von Timelapse-Videos. Das heißt schön gesagt. Das sagt alles. Nein, aber es gibt natürlich immer Trends. Das ist auch der Guru-Trend. Ich weiß nicht, wie lange der noch funktionieren wird. Der ist ja in Deutschland immer noch sehr stark und im USA schon, glaube ich, gar nicht mehr so stark. Also ein Head-Tutorial zum Beispiel, weiß ich, ob der in drei Jahren noch oder zwei Jahre noch so funktionieren wird, der jetzt funktioniert. Das wird sich da auch weiterentwickeln. Vielleicht wird es aber genauso wieder so simple Formate geben, die trotzdem super gut funktionieren. Ich sage nur, let's play. Wer hätte das gedacht? Und jedem, den ich dann so ein Let's-Play-Video von Gronko oder so mal zeige, die flippen mir aus. Denken, was ist das denn? Das gucken sich Leute freiwillig an, eine Stunde oder so, wie jemand Minecraft spielt. Und zwar, indem er einfach ein paar halbwegs lustige Sprüche reißt und dann diese Klötzchen-Grafik zeigt. Und macht damit Millionen Abrufe. Also der, das ist ja unglaublich. Aber das finde ich, das ist auch ein super Rezept, ne? Weil die Leute, die bedienen eine existierende Community, die sonst nicht bedient wird. Und so, deswegen verstehen das die anderen Leute nicht, weil sie nicht Teil dieser Community sind. Aber, ja genau. Und wenn, also ich würde eigentlich, wenn ich ein Format mache, mir immer zuerst die Community suchen, die ich haben möchte. Und dann überlegen, okay, wie kann ich die Community quasi denen einen adäquaten Inhalt geben. Genau. Deswegen, ich warte immer noch auf eine tolle Videoserie mal zum Thema. Gut, ich bin kein Angler, aber ich glaube, es gibt langen immer noch genug Leute. Warum gibt es noch gar nichts, zum Beispiel zu solchen Communities, Angeln? Oder warum hat noch keiner die Strick-Communities, die ja auch in der Blog-Szene sehr groß, sehr stark sind. Warum gibt es da noch nicht so Do-It-Yourself-Strick-Geschichten auf Deutsch? Da gibt es aber, glaube ich, schon eine, oder? Also ich meine, ich hätte mal in einer Reportage irgendeine gesehen, die auch mit Strick-Videos quasi was macht. Das war in so einer YouTube-Reportage. Aber ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, wo ich es gesehen habe. Ich meine, da gäbe es eine, die auf jeden Fall sind. Okay, sehr gut. Aber es gibt, glaube ich, genug spartige Geschichten, wo es sich durchaus lohnen wird. Und das ist halt die Frage, wie man es aufzieht. Aber da können sich, glaube ich, ganz tolle neue Formate einfach entwickeln. Weil Fernsehen ist ja doch oftmals dann der kleinste gemeinsame Nenner und das muss dann passen und dann hat man es halt ein bisschen kompatibel. Und selbst bei den Spatenkanälen ist es ja auch so, dass man versucht, irgendwie möglichst einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden. Der ist dann halt nicht ganz so klein, wie er halt im Hauptprogramm ist, aber es ist ja doch schon so Richtung, man versucht einen gewissen Mainstream einfach zu erreichen. Das brauchst du im Netz einfach nicht. Außer du willst wirklich Geld verdienen, aber das ist nur eine andere Frage. Ja, ich meine, aber man kann ja dann auch, also gerade diese Communities tragen sich dann oftmals ganz gut, ne? Weil wenn man eben spitzer dort rein, also quasi dann Angebot und Nachfrage besser zusammenkriegt. Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich besser, ein populäres Community, also Nischenformat zu formaten, wie irgendwie ein mittelmäßiges Mainstream-Format. Ja, definitiv. Du kannst ja vor allem auch noch viel mehr dran setzen an Add-ons, wie die großen YouTuber das in den USA mittlerweile auch sehr vormachen. Ob das jetzt My Favorite Martian ist, von Ray William Wood Johnson, ne? Genau. Der ja seine Popgruppe da drauf hatte, immer die animierten Videos und dann die Songs verkauft er per iTunes. Und ist immer da auch ganz gut in den iTunes-Charts in den USA damit, wo man einfach die Popularität und natürlich das Know-how nutzt. Und dann halt Lieder, die sind nicht richtig toll, die Lieder, aber es funktioniert halt. Also der baut so ein komplettes Merchandise-Universum auch drumherum auf. Das funktioniert einfach. Das ist ganz klassisch Marke, da machen die, die machen sich zur Marke und bedienen dann halt genau diese Nische einfach mit allen Wortmitteln. Ja, ich meine, das Schwierige ist halt, die Nische zu finden. Also jetzt Minecraft, Let's Plays sind halt abgedeckt. Und ich weiß nicht, ob Angel, Angel-Let's Plays, wollte ich schon sagen, also Angel-Videos, ob die noch, also wie vernetzt ist da die Community? Sind die alle online? Gibt es Angel-Forum, die, keine Ahnung. Aber ich glaube, das funktioniert natürlich auch nur, wenn man selber interessiert ist und in der Community drin ist. Ja, das wird aus der Community meistens auch rausgeboren. Da tun sich halt viele dann schwer mit, die versuchen, oh, die erkennen, guck mal, es gibt hier Angler und so. Ich angle zwar selbst nicht, aber ich mache jetzt mal ein cooles Format, weil das wird mal Zeit, dann geht das in die Hose. Ja, da finde ich halt dieses aufgezeichnete TV eigentlich ganz cool. Ich bin zwar selber jetzt nicht so der Comic-Nerd, aber ich habe es mir trotzdem ein paar Mal angeguckt und das ist irgendwie ganz cool. und bedient halt auch so eine Nische, die, glaube ich, aber trotzdem relativ breit auch online vertreten ist. Also, was ich auch immer noch wichtig finde, ist, dass man quasi noch den Kontext größer sieht wie jetzt YouTube. Also, die wirklich populären, klar, für die reicht YouTube aus und so. Aber alle anderen verschenken eigentlich ein Potenzial, wenn sie irgendwie ihre Videos nicht auf dem Blog dann zumindest mal noch einbetten oder so. oder irgendwie versuchen, dann bei Twitter auch aktiv zu sein und natürlich auch das ganze Universum drumherum zu bedienen. Und manchmal eben gerade, wenn man vielleicht ein Format, das vielleicht auf YouTube nicht so gut funktioniert, findet sich aber vielleicht ein klassisches Medienhaus oder eine Zeitung oder so, die da vielleicht quasi als Kooperationspartner irgendwo in, ja, mehr Reichweite generieren kann im letzten Endes als vielleicht YouTube. Ja, definitiv. Man sollte sich halt für einen Weg dann irgendwann mal entscheiden, weil man eine Community aufbauen muss irgendwo. Also, man kann nicht parallel irgendwie bei Sevenload, Vimeo und bei YouTube irgendwie mit den Videos eine Community aufbauen. Und das wird dann irgendwie sehr schwierig. Aber schon wirklich dann gucken, dass man eine Richtung gefunden hat. Und so ein Beispiel, zum Beispiel, wer es ganz vorbildlich nutzt, ist Cold Mirror, ist ja auch inlänglich bekannt. Die hat, guckt mal, wie viele Follower die auf Twitter hat. Ich weiß nicht, ob die Logo schon überholt hat, aber ist zumindest nicht ganz weit. Ich glaube, die hat knapp 65.000, 70.000 Follower oder so bei Twitter. Ja, das ist eine Menge. Und da redet auch so keiner drüber. Wenn immer so Twitterlisten rumgereicht werden in Deutschland, wird das auch immer so vergessen. Aber die machen das schon ganz vernünftig. Und die haben das eigentlich auch alle ganz gut erkannt. Ohne, glaube ich, jemanden im Marketinghandbuch gelesen zu haben. Das geht. Ja, aber das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp. Also, wenn du viel auf den Communities unterwegs bist, dann hör auf dein Bauchgefühl. Ich glaube nämlich, du kannst viele Bücher und Social Media Handbücher und Schlag mich tot lesen. Aber letzten Endes sind das immer irgendwelche Berater, die wahrscheinlich da, letzten Endes nicht so aktiv auf YouTube sind wie du. Und so, also trau, wenn dein Bauch dir sagt, ich muss das jetzt so machen, dann probier es zumindest mal aus. Und wenn es dann schief geht, dann kannst du immer noch irgendwie die Handbücher lesen. Aber das Erste würde ich mal auf das vertrauen, als du willst dein Bauch dir sagen. Richtig, ja. Und das kann schon passieren, wenn man scheitert. Also, das ist ja, also ich meine, man kann ja gar nicht so scheitern, dass das irgendwie, also es ist ja nicht so, dass man mordsmäßig Geld in den Sand setzt oder keine Ahnung. Das ist ja alles erstmal gratis so. Man kann nur lernen daraus, das ist ja schön. Ja, genau. Künstlicher kann man nicht lernen. Ich finde, für mich ist halt diese, die YouTube-Community ist für mich noch relativ verschlossen. Ja, also ich habe ja auch so quasi lange gedacht so, ja YouTube, da kann man halt Videos hochladen und dann einbetten so. Und das war auch erst so die Idee, okay, ich erweitere jetzt meinen Blog quasi mit Inhalt und nehme halt dafür YouTube, weil das ist ja so. Bis ich dann verstanden habe, okay, es gibt quasi auf YouTube so eine riesige Community. Das sind gar nicht alles grenzdebile Idioten, die nur scheiß Kommentar verfassen, sondern da ist echt so Leben. Und da ist mir noch nicht so klar, wie man so Teil dieser Community wird. Also klar, Kommentare schreiben und so, aber das war für mich so eine neue Welt eigentlich bei dem Video machen. Wir sind mir, glaube ich, zu alt auch für die YouTube-Community. Das ist ja immer auf den YouTube-Adressen. Ich fühle mich da immer wie ein Opa. Stimmt. So, ja, wir kommen auch schon zum Ende. Vielen Dank, Janis. Vielen Dank, Markus. Sorry für das bisschen Improvisierte. Die Technik hat uns leider etwas verlassen. Wir hoffen, wir konnten es trotzdem einigermaßen gut ins Netz übertragen und hoffen auch, die Aufzeichnung hat angeschlagen und wir können dann eine bessere Qualität später ins Netz stellen. Janis, dir viel Erfolg. Dankeschön. Abonniert meinen YouTube-Kanal, Netzfilter, muss ich halt sagen. Ich möchte noch malen, so. Genau. Und, ähm, genau, dann hoffen wir bald. Also, wenn ihr Lust habt, ihr könnt auch jederzeit noch UN-Uni-Sessions anlegen und ich hoffe, Anja gibt jetzt noch mal das größere Bild und erzählt uns quasi, was als nächstes noch so ein bisschen ansteht für UN-Uni. Anja, du musst dich laut machen. Sonst hören wir dich nicht und sehen dich auch nicht. Hört ihr mich? Ja, schon, oder? Wir hören dich, Florian. Wir hören nur an, Janis. Das hat aber nicht funktioniert hier. Sieht aus wie so ein schlechtes Trival. Ja, das hat aber nicht funktioniert hier. Anja, wenn du das super mit dem Schnurrbart machen musst du das Mikro anmachen. So, jetzt funktioniert's, ne? Sehr gut. Genau. Ich hoffe, du kriegst kein Schnurrbart. Jetzt höre ich mich bei irgendjemandem. Egal. Ich werde mal meinen Kopf darüber absetzen. So, genau, vielen Dank, Bertram für die Organisation. Markus hilft für die tolle Analyse und Janis für seine Biblios. Sicher kriegt den Mut, hier so reinzubegeben. Das gehört ja auch einiges dazu. Markus hat... Der Schnurrbart ist auch toll, ja. Ich fand das sehr interessant, jetzt irgendwie so gerade zum Ende hin, also da so einige Tipps mitzubekommen, auch für uns, für uns, umgegangen ist das eigentlich sehr interessant, so regelmäßig das jetzt anzubieten. In die Richtung hatte ich auch schon gedacht, dass man bestimmte Themenreihen oder Personenreihen anlegt. Insofern, das finde ich das eigentlich, ja, sollten wir das auch nochmal alles bedenken, die Tipps, die Marke schon von der eben formulierte. Wir werden jetzt, danke an alle Beteiligten, die hier an der Tipp-Aufreihe sich engagiert hatten, sowohl aus dem Team als auch in den Hangouts und in den verschiedenen sozialen Netzwerken, die ganzen Twitterer, ich weiß, dass es sehr mühsam war, den Mut zu kommunizieren. Aber im Moment ist das der Weg. Wir müssen schauen, wie wir das verbessern können. Wir werden gleich eine Nachbesprechung noch mit allen, die interessiert sind, durchführen. Die wird, denke ich, erstmal nicht live geschrieben. Also wer Interesse hat, diese Kick-Off-Reihe mitzudiskutieren, zehn Leute können rein in das Hangout ab halb zehn. Und ja, das war's von meiner Seite. Macht's gut, schönen Abend. Und dann kann ich den Kopfhörer aufsetzen und das Problem versuchen zu beheben. Macht's gut, tschüss. 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 Tschau. Danke. Beginnt eigentlich erst die eigentliche Unkonserrenz. Also jetzt sind seit wir dran. Die zehn Teilnehmer, das sollte man dazu sagen, die zehn Teilnehmer können auch wechseln. Das ist kein Problem. Jetzt haben wir Janis gar nicht verrissen. Ja, ich hab euch... Ja, ich hab euch. Verme�er. Vielen Dank.